Herzlich Willkommen! Dieses kurze Video ist für alle, die erfolgreich Online-Kurse verkaufen und ihr Einkommen nebenbei verbessern wollen. Mein Name ist Karel Ahrens und ich stelle dir hier meinen Thrive Apprentice Online-Kurs vor, mit dem du das erreichen kannst, ohne ein Technik-Nerd oder Verkaufs-Profi sein zu müssen. Geht es dir auch so, dass du dein Wissen in Online-Kursen verkaufen willst, aber nicht so richtig weißt, wie die Technik funktioniert und nicht wirklich weißt, wie man erfolgreich verkauft? Das ist ein ungutes Gefühl und ich helfe dir, dieses Gefühl in Erfolg zu verwandeln. Stell dir vor, du hast mit deinen Kursen Erfolg und verdienst gutes Geld nebenbei. Das fühlt sich richtig gut an. Ich kenne das aus Erfahrung und so kann es auch dir gehen. Mein Thrive Apprentice Kurs ist in zwei Versionen erhältlich. Die einfache Version zeigt dir alle Einstellungen inklusive Installation von Thrive Apprentice und wie du deine Kurse damit erstellst und auch wo und wie du deine Videos bei Vimeo hostest und Vimeo richtig einstellst, sodass nur deine Kunden die Videos aufrufen können. Außerdem zeige ich dir, wie du deine Kurse planst, ein Produkt bei Thrive Card, einem Warenkorbanbieter anlegst und Thrive Card richtig einstellst, um dein Geld einzusammeln. Außerdem zeige ich dir, wie du eine Ordnerstruktur auf deinem PC erstellst und die Kurse planst. Ich zeige dir auch, welche Tools du zum Aufnehmen und Schneiden deiner Videos nutzen kannst. Diese einfache Version ist hauptsächlich für Menschen gedacht, die nicht so viele Kurse verkaufen wollen und vielleicht hauptsächlich Kurse erstellen, die zu Informationszwecken gedacht sind. Aber es gibt noch eine zweite Version des Kurses, die Pro-Version. Die Pro-Version richtet sich an Menschen, die richtig Umsatz machen wollen, also viel Geld mit ihren Kursen verdienen wollen. Und in der Pro-Version zeige ich alles, was in der einfachen Version enthalten ist und darüber hinaus auch in fünf Bonus-Modulen, wie du eine professionelle Landingpage, also eine Verkaufsseite erstellst und du bekommst auch eine fertiggestellte Vorlage dazu. Wie du Traffic generierst, also an Kunden kommst, wie du den Verkaufsprozess gestaltest und ich zeige dir, wie du erfolgreiche Verkaufstexte schreibst, welche rechtlichen Dinge du beachten musst, wie du E-Mail-Marketing betreibst, um noch mehr zu verkaufen und wie du deine Kurse perfekt launchst. Die Pro-Version vom Thrive Apprentice Kurs ist also dafür gedacht, viel Geld mit deinen Kursen zu verdienen und zeigt dir alles, was du dazu wissen musst. Wenn du alles richtig umsetzt, wirst du viel Geld mit deinen Kursen verdienen. Jetzt scrolle weiter auf der Webseite und liest dir durch, was dich im Einzelnen genau erwartet, damit du entscheiden kannst, welche Version die richtige für dich ist. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg mit deiner Version des Kurses und wünsche dir viele Verkäufe. Schaust du dieses Video auf YouTube, findest du in der Beschreibung den Link zur Webseite. Vielen Dank fürs Zuschauen, dein Karel Ahrens